Wenn man das lange nicht reinigt, dann nimmt das eine sehr interessante Form und Farbe an. Ja, ziemlich widerlich, was da dran klebt. Ganz großes Kino. So, das war jetzt der Schreckmoment des heutigen Tages. Es ist gemacht, es funktioniert. Operation Pumpensumpf ist angelaufen. Ich nehme euch mal mit. Ich bin gerade im Motorraum am Machen. Und darum geht es. Das ist der Pumpensumpf, dort wird das gesamte Grauwasser, was im Boot anfällt, also Spülen, Bad und so weiter. Das kommt hier alles rein. Also kein Schwarzwasser, aber Grauwasser. Äh, das verstehe ich nicht. Zeig doch mal bitte. Wenn man das lange nicht reinigt, dann nimmt das eine sehr interessante Form und Farbe an. Das hier ist ein eineinhalb Meter tiefer Schacht. Und man sieht das vielleicht ganz gut. Da hängen jede Menge Verkrustungen an jeder Seite. Das wird normalerweise abgepumpt durch eine Pumpe, die habe ich jetzt schon mal rausgenommen, und durch einen Pegelanzeiger. Und wenn eben der Pegel erreicht ist, dann wird abgepumpt. Und was man hier sieht, ist halt, dass halt seit Jahrzehnten irgendwelche Ablagerungen sich da gesammelt haben. Vor allem Fett und was damit zusammenhängt, und das muss jetzt mal raus. Also hier haben wir jetzt mal den Teil, der ansaugt, den Fuß, der ansaugt. Und da sieht man mal die Verkrustung, wie stark die ist. Und das ist, also, ja, ziemlich widerlich, was da dran klebt. Auf Wartung? Kannst du es raus tun auf den Steg? Wo soll das jetzt hin? Auf den Steg, bitte. Auf den Steg? Ja. So, Marion bringt jetzt den ersten Schwung schon mal auf den Steg. Ich schneide hier mal noch einen weiteren Schlauch frei, damit wir den rausziehen können. Kannst du mir den Nass-Sauger zwingen? Und bitte blaue Handschuhe. Ganz großes Kino. Also mir ist hier gerade ein Rohr gebrochen. Das ist schon so hart, aber ich weiß gar nicht, wo das hingehört. Vielleicht meinst du einen Schlauch. Ja. So. Also da ist echt richtig fieser Dreck dran. Also da ist schon lange nicht mehr gereinigt worden. Also stinken tut es komischerweise gar nicht mal so. Ich hätte das eigentlich jetzt schlimmer erwartet. So. Das war's für heute. Das geht ja gut, das schiert richtig was ab. Also es regnet heute oder es regnet jetzt, d.h. der Ton wird nicht so super sein, aber da ist der Eimer mit dem ganzen Dreck drin und ich habe hier in den zweiten Eimer ein T-Shirt reingemacht. Marion hatte die gute Idee, ein T-Shirt mit einem Knoten drin und werde das jetzt durchfiltern, weil wenn das fett ist, dann will ich es hier nicht im Auskuss von der Marina haben und hier ins Hafenbecken erst recht nicht. Und deswegen filtre ich das jetzt erstmal durch, dann kommt der Dreck in den Müll und das Wasser geht dann nach vorne. Also das ist das Werkzeug, was ich gebaut habe. Die Kattel geht mir bis dahin und hier zum Vergleich, der geht ja auch bis ganz runter und das ist ungefähr 10 cm oberhalb vom Zugang. also es ist schon so 1,20m, 1,30m tief ist der Poppriesenf. Und wie kommt das Wasser jetzt da raus? So jetzt wo es wieder zusammengebaut ist, nochmal in Gänze, hier hinten ist das Rohr mit dem Schwimmer drin und wenn der Schwimmer ganz oben aufgeschwommen ist, dann bedient er den Schalter. Rechts davon ist die Lenzpumpe, die Automatik-Lenzpumpe. Die springt dann an und lenzt das wieder. Und was hier vorne quer liegt, das ist das abgeknickte Rohr von der Hand-Lenzpumpe. Das kaufe ich dann morgen neu. Und dieser Pumpensumpf hier unten, dort sammelt sich das gesamte Grauwasser aus dem ganzen Boot. Ich finde das eigentlich ein sehr cooles Feature, dass das alles komplett an einer Stelle gesammelt wird und dann aktiv nach draußen gepumpt wird. Weil das bedeutet, dass du nicht 5 Sehventile hast, praktisch für jedes Waschbecken, sondern eben einen zentralen. Und hat den riesen Vorteil, dass das eben weniger Sehventile bedeutet. Hat aber natürlich den Nachteil, du musst dich um die Pumpen kümmern und dafür sorgen, dass die Pumpen auch immer funktionieren. Weil sonst hast du ein Problem, wenn die nämlich ausfallen. Und das bedeutet auch, dass die Haupt-Lenzpumpe hier in diesem Schacht ist. Und das ist aber gleichzeitig auch der allertiefste Punkt im Boot. Das heißt, alles was am Wasser anfällt, landet automatisch hier im Pumpensumpf und wird von hier aus dann aktiv weggepumpt. Das heißt, wenn eine Havarie wäre, würde alles normalerweise hier reinlaufen. Es sei denn, du hast irgendwo abgesperrt, weil du zum Beispiel ein ganzes Schott zugemacht hast und auch da abgeschiebert hast. Also cooles Feature. Lass mal bitte Salzwasser laufen. Bis ich Stopp sage, eine ganze Weile. Kannst was anderes machen. Also es ist alles wieder eingebaut. So, also der Schwimmer fängt jetzt noch an oben zu schwimmen. Hier oben ist der Schalter. Hier wird gleich von der Leine nach oben gezogen. Stopp! So, jetzt ist er umgesprungen. Jetzt kommt die Pumpe auf. Also die Pumpe arbeitet und der Wasserabstand sinkt wieder. Ja, das macht mich ganz zufrieden. Das heißt, ich bin fast fertig. Ich muss hier eine Schelle noch anziehen. Die leckt Wasser. Und dann kann ich hier aufräumen. Gestern war mir ja der Schlauch von der Handschwängelpumpe, von der Handlenzpumpe kaputt gegangen unten im Motorraum. Und ich wollte den heute schnell austauschen. Und ja, der Schlauch, der hier senkrecht runterkommt, hier hinten, der dunkle, der ist das. Der kommt von oben und verschwindet unten im Motorraum. Das heißt, das sind auch zweimal einsilikoniert oder zweimal eingedichtet. Und wenn ich jetzt nach oben gehe und die Kiste einmal schließe, ist hier ein Schad, wo hier einmal die Pumpe sitzt. Das ist ja interessant. Also das ist schon richtig, aber das ist die Entbesserung. Die geht nach unten und die geht aber woanders hin. Und von unten scheine ich da nicht ranzukommen. Da war ich nämlich gerade schon. Ach doch. Also wird noch besser. Jetzt muss ich die Küste auch noch ausräumen und mich dann irgendwie gekrümmt da reinlegen. Aber das kriegen wir schon hin. Ach, da kommt sie raus. Also hier kommt der Schlauch raus. Das ist hier übrigens echt ganz praktisch. Weil man da auch in Ecken reinkommt, die man sonst nicht gut reinkommt. Gerade für Schläuche und sowas. Ist eigentlich nur ein Griff und da kommt ein Metallsägeblatt rein. Ist ein Pfennigartikel. Ich verlinke euch den unten. Ist aber sehr hilfreich, gerade für solche Sachen. Ich war mittlerweile in der Wachskiste, habe da den Schlauch zurückgezogen und bin jetzt im Motorraum und habe auch da den Schlauch zurückgezogen. Aber leider war die GoPro nicht an und deswegen, also ich meinte sie angemacht zu haben, aber sie hat nicht aufgenommen. Ich habe jetzt jedenfalls den Schlauch hier hinten rausgezogen. Der kam von hier oben runter. Da hinten ist das Loch. Lief hier einmal durch. Und hier runter. Und der war ja gebrochen, deswegen habe ich den jetzt komplett ausgebaut. Ich habe ja auch schon ein Muster abgeschnitten, damit ich das mitnehmen kann in den Laden. Und ich werde jetzt noch den anderen Schlauch, das ist der auf der Pumpe, der werde ich auch noch ein Stück abschneiden. Das ist der hier. Und dieser Bereich hier, der in der Nähe vom Motor ist, bis etwa hier hin, ist relativ hart schon. Man sieht auch, der ist verfärbt, der ist hier bräunlich. Da ist er bräunlich und da hinten ist er noch grau. Und deswegen werde ich da jetzt ein Stück abschneiden, an dem Teil, damit ich davon das Maß habe für den Laden. Das ist immer ganz hilfreich, damit man es eins zu eins daneben halten kann. Ich hatte mir das gestern ziemlich einfach vorgestellt. Einen neuen Schlauch kaufen, habe ich gemacht. An dem Stutzen von der Lenzpumpe 34 Millimeter. Ich habe aber nur einen 30 Millimeter Schlauch bekommen. Wenn ich mir das jetzt mal so angucke, dann muss ich da auf jeden Fall noch ein kleines bisschen was aufweiten. Das ist der alte Schlauch und der neue. Und deswegen habe ich mir jetzt folgende Lösung überlegt. Ich habe hier einen Leckstopfen und ich habe hier einen Heißluftfön und ich werde jetzt versuchen, den hier soweit zu erhitzen und erstmal mit dem Leckstopfen aufzuweiten, dass ich ihn danach im nächsten Schritt versuchen kann, über die Tülle drüber zu schieben. Ich habe hier einen leck. Ich habe hier einen Kabel zu schieben. Also ich habe es jetzt mit mehreren Versuchen, mit mehreren Aufweitungen schon bis auf 36 mm geschafft, komme aber immer noch nicht da drauf, komischerweise, also ich muss mich wohl irgendwie vermessen haben und ich habe hier den Leckstopfen mittlerweile mit Gafferband umwickelt und auch ein bisschen Silikonfett drauf gemacht, damit er leicht rauf und wieder runter rutscht und werde das jetzt noch ein bisschen weiter aufweiten, bis es passt und dann sollte das gehen. Das ging ja jetzt gut. Also das habe ich jetzt bis hier rauf schieben können, da hat er 39 mm und damit müsste er hinten eigentlich auf den Stutzen drauf passen, die messe ich mit... auch mit 39 mm also, das könnte klappen. Es ist zwar sehr dunkel hier drinnen, aber ich glaube man kann sehen, dass er jetzt drauf passt. Also der Versuch hat funktioniert. Damit kann ich jetzt den Schlauch nochmal in der richtigen Länge nachholen und dann haben wir hier auch wieder eine funktionierende Lenzpumpe. So, wir sind jetzt wieder einen Tag später. Ihr seht das an meiner Kleidung und ihr hört das wahrscheinlich auch, weil der Sturm wieder fürchterlich. Ich habe alle Schläuche bekommen, die ich brauche. das sind die hier und werde die jetzt einfädeln und anbringen. das ist ein kleines Köln. Wenn es das nicht klappt, dann wird das ja. Also hier hinten ist der Schlauch, den ich runterziehen muss. Und außerdem muss der Schlauch hier von der automatischen Pumpe, den tausche ich auch noch komplett aus. Der läuft hinten unter der Decke entlang und verschwindet hier im Auslass. Der geht nach außen direkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, das war jetzt der Schreckmoment des heutigen Tages. Auf der Pumpe sitzt so eine Tülle oben drauf, allerdings aus Kunststoff. Oben kommt der Schlauch drauf und hiermit ist es in die Pumpe reingedreht. Und das ist ja alles Kunststoff. Normalerweise ziemlich massiv, aber die Tülle eben nicht so ganz. Und ich hatte die ja dummerweise, weil ich mein Werkzeug verliehen habe und nicht wiederbekommen habe, den verstellbaren Schraubenschlüssel, hatte ich es jetzt versucht mit einer Wasserpumpenzange festzuziehen, was natürlich ein großer Fehler ist, asymmetrischer Druck und so weiter. Prompt ist sie zerplatzt und hier oben an der Tülle abgerissen, also oben am Gewinde abgerissen. Und also konnte ich jetzt nichts anderes machen, als vorsichtig mit dem Dremel von innen heranfräsen, ohne das Gewinde kaputt zu machen. Und das habe ich jetzt an drei, vier Stellen gemacht und dann mit der Zange vorsichtig rausgebrochen. Und tatsächlich, ich habe das Gewinde nur an einer Stelle leicht beschädigt. Ansonsten ist alles fein. Und das hier ist der Punkt. Das hier ist die Tülle. Und das hier, das weiße, hier ist die Dichtung. Diese Tülle hier ist deutlich länger, die geht bis hier oben. Deswegen hatte ich hier jetzt auch gut Platz, zwei Schellen anzusetzen. Und ich hatte halt echt Angst, weil diese Pumpe hier, die kenne ich gar nicht. Das ist eine, steht Ramm drauf. Ich kenne die Marke gar nicht. Serie Marina. Ramm, Serie Marina. Kenne ich nicht. Hätte ich jetzt auch gar nicht gewusst, wo ich die herkriegen sollte. Und das ist kurz vor Ostern. Und weil eben kurz vor Ostern ist, hatte ich echt Sorge, dass wir jetzt über Ostern nicht spülen können, nicht Zähne putzen können, nicht Gesicht waschen können, gar nichts mehr können, wo wir Wasser brauchen, beziehungsweise Abwasser anfällt. Aber toi 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 ist Das hat geklappt. Ich habe es rausfriesen können. Ich habe eine neue Tülle ansetzen können. Ich hatte noch eine aus Kunststoff in meinem Fundus. Das ist echt unglaublich. Eine 30er Tülle. Also es gibt ja verschiedene Gewinde und es gibt verschiedene Tüllen. Und die Kombination muss ja passen. Und ich hatte tatsächlich das Gewinde mit einer 30er Tülle, genauso wie ich es gebraucht habe, aus Kunststoff in meinem Fundus. Es ist echt unglaublich. Ich bin ja ein verfluchter Jäger und Sammler. Und ich fluche ja manchmal selber drüber, dass ich alles sammle und nichts wegschmeißen kann. Aber in solchen Momenten bin ich immer heilfroh, wenn ich solche Sachen aufgehoben habe, auseinander gedreht habe. Also hier diese Tüllen, die sind jetzt auch aus meinem Fundus. Und das ist unglaublich. Unglaublich. Also ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen. Also Freunde, damit nie, damit nie versuchen, eine Kunststofftülle festzutreten. Ja. Und das Ärgerliche ist ja, ich habe ja hier so einen tollen Verstellbaren von Knipex. Aber ich arbeite damit nicht so gerne, weil man oftmals den nicht vernünftig zudrücken kann. Aber hier ging er jetzt. Also beim zweiten Mal habe ich ihn jetzt verwendet. Beziehungsweise nein, ich habe von Hand zugedreht. Ich habe nur von Hand zugedreht. Egal. So. Es ist gemacht. Es funktioniert. Egal. So.